Musik Bei der Sicherheitsüberprüfung müsst ihr einige Dinge beachten. Zum einen solltet ihr kontrollieren, ob der Schlauch probös ist. Das heißt, er weist ja irgendwelche Risse auf, ist ja sogar komplett beschädigt, dann solltet ihr diesen Brenner auf keinen Fall benutzen. Gebt also Bescheid, wenn irgendetwas mit dem Schlauch sein sollte, sodass dieser ausgewechselt werden kann. Als zweiter wichtiger Punkt solltet ihr die Einstellschrauben für die Luftzufuhr und die Gaszufuhr kontrollieren. Diese müssen in beiden Fällen geschlossen sein. Sollte das nicht der Fall sein und die beiden Schrauben sind wirklich leicht rotierbar, solltet ihr diese schließen. Das heißt jetzt einmal die Gaszufuhr, das ist der schwarze Drehknopf, und die Luftzufuhr, dieser kleine Ring, müssen geschlossen sein, bevor ihr den Brenner in Betrieb nehmt. Achtet hierbei jetzt auf einen sicheren Stand des Brenners und dass keine leicht entzündlichen Chemikalien oder Papiere in der Umgebung sind. Kommen wir jetzt zum Anschließen und Entzünden des Brenners. Hierfür nutzt ihr den Schlauch, da ist dieses kleine Adapterstück. Dieses steckt ihr einfach in die Vorrichtung eures Gashahnes hinein, bis es klackt. Dann ist die Verbindung gekoppelt. Ihr achtet auf einen sicheren Stand des Brenners und besorgt euch jetzt ein Feuerzeug oder ein Streichholz, was ihr bereithaltet. Als Tipp hier, arbeitet ihr zu zweit. Das macht das Ganze nämlich einfacher. Wenn ihr die Gaszufuhr öffnen wollt, müsst ihr den gelben Hebel gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen und runterdrücken. Erst dann könnt ihr mit eurem Feuerzeug unter vorsichtigen Öffnung der Gaszufuhrschraube den Brenner entzünden, sodass diese gelbe Flamme eingestellt ist. Die Flamme könnt ihr natürlich dann auch noch einstellen. Für die meisten Experimente benötigen wir nämlich die rauschende Flamme, da diese viel, viel heißer ist. Zum einen könnt ihr natürlich die Gaszufuhr regulieren, aber auch die Luftzufuhr. Geben wir jetzt mehr Sauerstoff hinzu. Seht ihr jetzt, was passiert? Wir haben die rauschende Flamme, die wirklich sehr, sehr laut ist. Man sieht noch diese kleine blaue Flamme. Das Problem dabei ist, man kann nicht erkennen, wie groß tatsächlich die Flamme ist. Solltet ihr also nicht mehr experimentieren, ist es sicherlich ratsam, den Brenner komplett auszustellen, aber zumindest die Luftzufuhr wieder zu schließen. Ihr bei wirklich vorsichtig sein, sodass es nicht zu einer Verpuffung kommt, um eben wieder die hell leuchtende gelbe Flamme einzustellen, sodass jeder weiß, da ist gerade Feuer. Und da bleibe ich erstmal von weg. Kommen wir jetzt eigentlich zum letzten großen Punkt, nämlich dem Löschen des Brenners. Wie macht ihr den also aus? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich empfehle euch, einfach die Hauptgasleitung zu schließen, die Hauptgaszufuhr. Das heißt, wieder den Stempel, den Knauf reindrücken, ein bisschen nach rechts drehen und dann seht ihr schon, wie der Brenner ausgeht. Manchmal ist noch so eine kleine Sicherheitsflamme zu sehen und das Gas, was sich noch im Schlauch befindet, wird jetzt auch verbrannt. Dann im letzten Schritt auch die Gaszufuhr zudrehen, sodass ihr jetzt den Brenner entkoppeln könnt vom Gashahn. Das ist ein bisschen tricky, wenn man nicht weiß, wie das geht. Ihr nehmt einfach zwei Finger, packt diese raue Schelle an und drückt die einfach zum Hahn hin und ihr seht schon, wie einfach der Schlauch mit dem Adapterstück abfällt. Das war's auch schon. Achtet darauf, den Brenner ein bisschen abkühlen zu lassen und dann könnt ihr ihn sicher verstauen.